So Chris ist wieder auf Autopilot Oder ist er wieder bei mir? Ja, Chris hat Autopilot an Erst wenn der Fallschirm sich schließt, dann äh, so Was lässt euch denn da wieder über uns? Wer denn? Nee, ich gar nicht Bei ihm hast du recht, du seid Okay Jetzt bin ich hier Okay Gibt ja genug Häuser hier Ich denke auch Da sollte jeder was finden So Oh Okay, passt schon Habt ihr überhaupt irgendwie geguckt, ob jemand fliegt? Ne, keiner, oder? Ja, ich, doch, ich hab geguckt Du hast, echt? Okay Ja, ich bin hier doch nicht, ich fliege hier doch nicht umsonsten hinterher Sonst wäre die Zeit Ja, aber ich bin hier auch nicht, oder? Ja, ich bin hier noch nicht umsonst Ja, ich bin hier noch ein paar Sachen Ja, ich bin hier noch ein paar Sachen Und dann denkt ihr denn, was ich mache? ja für was macht das gruppe unten 6 habe ich auch noch jemanden und weiß es nicht haben das war jetzt zwar so wir waren 6 das gruppe haben noch nicht ja okay habe ich bei mir im rucksack lege ich gebe ich dir dann gleich alles klar ich habe nur schmutz schmutz war schmutzig ekelhaft wer ist gerade bei mir im haus wer ist unter mir ist das okay sonst hätte ich das dann gebe ich eigentlich das sechsfach scope nein falsch nicht das steht mit dem ich brauche mp schalldämpfer mp schalldämpfer okay ich weiß nicht ob ich schon eingesehen hatte vielleicht nicht sagen wie ist zone nicht so viel zeit ist ein auto suchen ja ich stehe meist welche an der straße tatsächlich das sollst du mitnehmen wenn man eine ace sieht kann ich brauchen die ich hätte hier das sechser scope hin liegt hier mp erweitertes schnellzugriff magazin chris ja habt ihr magazin gepinkt erweitertes schnellzugriff magazin für mp ich habe auch ein notfall pick up wollen notfall pick up zünden kann ich noch nicht aufheben müssen gleich mal machen muss ich gucken dass ich ihn was troppe dafür ja ach so chris kommen hier hoch kommen wir ein höher mal hoch ja ja damit kannst du notfall pick up hier auf aufnehmen liegt hier auf dem haufen betroffen ist options drücken notfall pick up ja dann platziert das noch nicht aber gleich wenn wir wenn wir wenn wir zusammen sind und so dann können wir das recht nutzen das muss bloß so ungefähr 40 sekunden bevor die zone uns erreicht gezündet werden hier schalldämpfer mp bei mir hinter dir ich stehe drauf noch eine ac wir müssen uns eben da müssen eben zusammen finden hat hier mal noch moni über 77 27 262 über nicht war ein bisschen oder so keine ahnung hier ist ja nichts ist nur diese scheiße also hier machen wir nicht ja hatte ich was finde seite bescheid zünden ja kann er schon jetzt gleich zünden aber warten wir dann hin hier sind sechs zwei ja moni bei mir in die 90 jahres abgepinkt gucken wir gleich oder guckt ihr mal schon mal die die zeit haben ich suche nach der arzt kannst du platzieren options drücken und dann mit x einmal drücken wo bist du denn wo ist tut da ok das ding steigt auf wir haben noch 30 sekunden oder so dann geht das ding los musste ich an der drinnen und dann anbinden an den an dem seil musste dich anbinden sonst fliegen wenn ich mit ja ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht bei mir ging nichts hat er nicht angezeigt die mache ich los ging nicht hat er nicht hat nichts angezeigt er ist ja auch nur 33 ja da kannst du alle vier dran aber über ein auto ich komm nach ganz klasse ja passt schon ist nicht so schwer dann gehen wir hier oben rauf los ihr könnt ruhig da ja wo es gut ist ja da oben ist aus ich komme noch gleich autos finde ich hier schon besser so geil oder auch nicht und ja pech genau ja tony muss zu fuß laufen oh scheiße ich bin gar nicht abgesprungen ich bin voll abgelenkt gewesen man an die kaffee geschrieben an die kaffee geschrieben an die kaffee das bieb die hat das bieb ja wortwörtlich haben auch nur ein alter ja also was heißt freunde na wir kennen uns ja nur durch die community halt schreiben wo mal und gesehen haben wir uns jetzt halt noch nicht warum laufen wir eigentlich wieder wir sind doch gerade ja ich bin auf dem weg ja sehr weit ja ich hab ein auto Da waren ja zwei, drei Kills unterwegs, der weiß. Oh, rechts oben ist einer, da ungefähr hinter dem Kugel. Ich hab's markiert, aber der dreck ist mir so komisch auf der Karte an. Ich sehe schon wie so einer? Ne, warte, da ist einer, da ist er. Da. Versucht auf mich zu schießen. Aber sie sind schön offen. Da, ich denke, das ist casual. Den hab ich da oben. Das ist Toni, glaube ich. Ja, das bin ich. Rote Zone, aufpassen. Auf Karte. Da vorne ist einer. Davor ist, glaube ich, einer. Das bin ich. Ne, ne, weiter vor dir. Hinter dem Haus, hinter dem roten rechten. Auf, auf Süden. Süden 185, 190, da liegt der. Hinter dem Haus da. Auf. Hab einen knocked. Ja, ist quasi. Warte, ich muss den noch looten, Toni. Darf ich den looten? Ach so, ja. Ich brauch nur Muni. Äh, Quatsch. Ich hab ne Waffe jetzt auch noch geguckt. Aber ja, kannst du looten. Oder doch. Keine Ahnung. Sind hier noch mehr? Oh, ich brauch nur Dings, ey. Hier, Adrenalinspritze für dich, Benni. Adrenalin hab ich fertig. Ah, okay. Dann nehm ich die mit. Die beißen? Scheiß auf Muni, ey. Ich will ne andere Waffe haben, Alter. Die Zone ist ja schon wieder hier. Ich brauch mal ne ACE, wenn er eine hat. Warten wir mal mit. AKM. SKS. Oh, komm. Ich brauch ne andere Waffe, ey. Ich brauch ne andere Waffe, ey. Sein gesehen. Da unten am Strand. Da oben lief auch noch einer, verdammt. Hat er ne ACE, Dude? Ähm, ne AKM. Alle AKM, ey. Oh, hier. Hinter mir. Da oben lief auch noch einer, verdammt. Auf 220 ungefähr. Da lief auch noch einer über der Kuppe weg. Hat der ne ACE? Oh, ich will den nicht gucken, ne? Oh, fuck. Ohne. Äh, könnt ihr mich holen? Ich gucke die andere. Ja. Oh, fuck. Wir haben euch die Arschkarte. Ja, hier. Wo ist hier? Links, links lang. Ja, da lang. Geht's geradeaus. Du musst da hinten über die Brücke, hier. Genau, Pfeisen. Genau, aber nicht zu weit rechts, dann fährst du ins Wasser. Dann sind wir nämlich am Arsch. Da wär'n Boot. Da rechts war'n Boot. Naja, egal. Naja. Naja. Naja, jetzt waren wir über die Brücke. Und dann ist es gut. Wir brauchen einen Sturm, wir werden mit 762 am Arsch, ey. In der Sonne AKM gleich. Oh, da. Alles gut. Sock mal L1 ein bisschen für Boost. Jetzt rechts. Wir haben ein Video auf TikTok gesehen, ich weiß wie das geht. Ja. Ich hab' einen Boost. Ey, ich muss nicht rein. Könnte jemand anderes fahren? Ja. Äh, okay. Oh Gott. Ey, ich muss nicht rein. Ich muss nicht rein. Könnte jemand anderes fahren? Ich kann während der Fahrt mich nicht rein. Nee, ich muss jetzt was reindrücken unbedingt. Okay. Okay, weiter. Keiner auf der Fahrt mit hinterher. Kannst ruhig Gas geben. Du kannst Gas geben. Du darfst nur nicht lenken. Alter Schwede, ey. Ist das auf langsam. Ja, gibt kein Gas. Nee. Was macht denn lautes Geräusch? Oder ist kein Schiff? Was macht denn lautes Geräusch? Oder ist kein Schiff? Fähre. Ja, ist die Fähre. Fähre? Und ich brauch' ne andere Waffe. Die rechts neben uns läuft glaub' ich einer. Ja, ich bin half-life. Ich brauch' ne ACE, Alter. Wow. Ja, ich brauch' ne ACE. Scheiße. Guck, wie viel Musik wär's? Ich hab' nur 40 Schuss hier. 5-5-6. Ja, die hat's gedroppt. Ja, die hat's. Hier ist nur Much, ey. Schon wieder nix. Nee, ist auch nicht. Ich brauch' noch Leben. Hast du nichts? Nee, gar nix mehr. Ja, hier komm' Hier. Aber wo jetzt? Bei wem? Oh, hier bei mir. Achso. Ja, ich hab's, ja. Ich hab' auch noch 4 Medikids und all so'n... ...Gedöns. Ja, ich hab' gar nix mehr. So, sind noch zwei Gegner. Achso, die kommen los. Ja, ja. Lass' mal umfahren. Ja, ja. Lass' mal umfahren, suchen. Achso. 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 Ja. Zwei Gegner noch, ja. Aber da brauch' ich auf keiner 70 Schuss mehr überreichen. Und das geht nicht gut, wenn ich hier hinten sitze und dann... ...wann dann wieder gleich in den Kopf schieß' da. Also, nee, falls du gleich tot bist, dann liegt das daran, dass du aus dem Fenster guckst. Ja, mach' nix. Hehehe. Ähh... Du. No Wrist' in der Fahrt. ich möchte ihn zumindest anhitten damit ich ein assist kriege da sagst du so leicht ab hier können wir stehen bleiben hier ist oben hallo i round father ist auto und der will jetzt den drop oh granate oh gott ich glaube ich glaube einen habe ich neop letzter hab ihn jawoll oder? ja 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 nice nur 2 kills warum schließt du auf mich? keine ahme gut 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 gut